Wir möchten heute einmal die R9T vorstellen. Wir haben hier drei Sondermodelle, die wir quasi umgebaut haben. Ein und dasselbe Modell, aber in drei unterschiedlichen Versionen, die ich einmal ein bisschen näher erklären möchte. Also beginnen möchte ich jetzt einmal mit dem Scrampler umbauen, den wir von der R9T gemacht haben. Wir haben also hier eine R9T umgebaut, wo wir uns ganz dem Motto Scrampler gewidmet haben. Das heißt, wir haben im vorderen Bereich einen hohen Kotflügel montiert, den wir allerdings auch in einer tieferen Version anbieten können, aus Aluminium. Wir haben hier unsere Vintage-Lampenmaske in schwarz. Wahlweise gibt es das mit hier diesem gelben Windschild, allerdings auch in transparent oder rauchgrau. Wir haben hier montiert unseren Sturzbügel in der Farbe schwarz, auch lieferbar als VA-Version. Dann haben wir hier hinten ein ganz interessantes Produkt, ein Heckumbau, wie wir ihn anbieten. Ganz in diesem Scrampler-Look, das heißt, mit einem Rohrrahmen hier, einem Alukotflügel, bieten hier ein klassisches Rücklicht an. Was wir hier mal montiert haben, ausgeliefert wird es allerdings ohne, das kann man dann frei wählen. Wir haben ganz hinten auch ein sehr schönes Produkt, nochmal einen Kennzeichenträger, der an der Schwinge montiert wird, sodass das Kennzeichen wirklich komplett über dem Hinterrad hängt. Und dann gibt es hier verschiedene Blinker-Kombinationen. Wir haben jetzt hier bei unserem Modell die Blinker hier vorne versetzt oder versteckt, dass sie wirklich ganz unauffällig sind. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die Blinker unten direkt am Kennzeichen zu montieren. Und das ist jetzt einfach einmal der Umbau des Scramplers. Zu dem nächsten Umbau komme ich jetzt sofort. Wir haben jetzt hier unseren Touren-Sport-Umbau der R90. Dazu mal ein bisschen was im Detail erklärt. Wir haben also hier eine Daytona-Lampenmaske montiert, in schwarz mit weißen Zierstreifen. Es gibt hier eine Verkleidungsscheibe in dieser sportlicheren Version, wie wir es hier haben, oder auch in einer Touren-Version, also wirklich auch für lange Strecken. Wir haben hier für ergonomisches Fahren, entspannteres Fahren eine Lenkerhöhung montiert, sodass wir also wirklich schön aufrecht auf dem Motorrad sitzen. Dann haben wir übergreifend mal hier das Gepäck montiert. Das heißt, bestehen aus Tankrucksack, Seitentaschen für links und rechts und auch einer Hecktasche. Alles aus Echtleder, hochwertig verarbeitet, passend zu dem Stil der R90. Dann haben wir hier unten montiert unsere Fußrastentieferlegung, etwa zweieinhalb Zentimeter, haben wir also einen entspannteren Kniewinkel, gerade bei der recht sportlichen Sitzposition ganz entscheidend. Und im hinteren Bereich haben wir jetzt hier einen unserer vielen Heckumbauten. Das heißt, zum einen haben wir hier einen seitlichen Kennzeichenträger montiert, den es entweder in schwarz oder in elektropoliert gibt. Und wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, ein kurzes Heck zu montieren. Wir haben jetzt hier den Stripe-Umbau. Es gibt es auch als ein kleines, rundes Rücklicht. Aber das ist nur ein kleiner Auszug. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Umbau. Wir haben jetzt hier unseren sportlichsten Umbau der R90-Serie. Wir haben diesen sportlichen Charakter einmal zum Vorsatz genommen, haben auch hier unsere Vintage-Lampenmaske montiert mit in dem Fall einem rauchgrauen Windschild, haben diesen sportlichen Charakter zum Anlass genommen und einen Stummellenker-Umbau montiert, auch mit einem ganz kleinen elektrischen Tacho. Das heißt, es ist also wirklich eine ganz cleane Front geworden. Dann haben wir hier vorne montiert unseren Ventildeckelschutz, der sich perfekt in das Fahrzeugbild integriert und auch diesen sportlichen Charakter, den das Fahrzeug im Gesamten hat, auch nochmal unterstützt. Dann haben wir hier einen sehr exklusiven Heckumbau. Besteht eigentlich aus einem Einzelsitz, den wir einfach in dieser Farbe Braun anbieten oder aber auch in der Farbe Schwarz, je nachdem, was man halt gerne möchte. Das kommt mit allen Anbauteilen. Das komplette Originalheck entfällt quasi. Wir haben hier jetzt wirklich eine ganz sportliche Sitzbank geschaffen. Passend dazu ist eigentlich zwingend erforderlich unsere Auspuffhöherlegung. Der Originalauspuff oder auch jeder Zubehöherauspuff kann so spielend leicht von der unteren Originalposition auf diese erhöhte Position verlegt werden. Und in Kombination natürlich mit diesem exklusiven Heckumbau empfehlen wir natürlich auch unseren Kennzeichenträger einmal entweder wie hier montiert für die Schwinge oder es geht auch seitlich raus, je nachdem, was man da halt gerne möchte. Das waren sie jetzt, unsere drei Sonderumbauten der R9T. Wir hatten also zum einen hier außen den Scrampler-Umbau, wir hatten den Touren-Sportumbau und wir haben den reinrassigen Sportumbau. Und alle weiteren Informationen und auch weiteren Produkte finden Sie bei uns auf der Internetseite auf www.wunderlich.de